What's up guys, how you doing? Und das habe ich getan und den Raid wollte ich euch nicht vorenthalten. Am Ende gab es ein bisschen Karma, aber ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. War auf jeden Fall ein spannender Nachtraid mit viel Unterhaltungswert und den wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv, da würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Kommentar, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Yes, viel Spaß. EFT wird auf Steam kommen. Ist das neu? Ne, das haben sie im vorletzten Podcast, glaube ich, gesagt. Das war schon vorher im Gespräch. Hacker The Children? Äh, klar. Klar nimmt man halt seinen Account dann mit. Man muss, man muss dann nicht einen neuen Account machen. Ich weiß eh nicht, wie das ist, wenn das Spiel aus der Beta geht. Oh, wieso bin ich... Oh, wait, what the fuck? Wieso bin ich... Ach so, wie... Ah, man. Night Vision. Night Vision. Holy shit, ey. Also gehört haben kann er mich nicht, ey. Ja, das dauert ein... Also das wird schon auch zwei, drei Tage dauern, denke ich. Für den... Bear Buddies. Man kann ihm noch einen Kumpel weitergeben, Shagiri oder so. Man kann ihn als Gift verschenken. Ja, das ist ja gut, ich... Ja, das ist ja gut, ich... Er ist nicht mehr so weit weg. Er ist nicht mehr so weit weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier wird geschwitzt vom Allerfeinsten Are you all alive? Safe Das sind irgendwelche, ich weiß nicht Das sind irgendwelche Deutschen Richtig, keine Ahnung Richtig am reinschwitzen Hocken sie da ewig rum, kriegen nichts gebacken Und ohne Night Vision wieder Aber ich muss einen von denen erledigen Dann hängen sie fest Ich kann da schlecht reingehen, das ist das Problem Die wollen jemanden ein weiteres Gamebrei bringen Mit Ingame Voice Die hocken halt mal noch Ich hab zu wenig Ammo für den Scheiß Da ist die langsam, man Oh Geh vor, geh vor Umso länger sie hier bleiben Umso mehr haben sie verkackt Die kommen da niemals raus Die im Leben, so wie die das machen Die kamen Die kamen Die kamen Die kamen Fuck you, man! You're not gonna make it! What's up guys, how you doing? Don't kiss gas! Und tot. Ich konnte nicht anders, es tut mir leid. Ich musste, es tut mir leid, verurteilt mich dafür, die hassen mich sowas von, die hassen mich sowas von. Ich bin mir sicher, das waren Deutsche. Wahrscheinlich war das irgend so ein kleiner Streamer, der jetzt sagt, ja wir gehen mal. Ey, die haben wir auch ewig Zeit verbraucht, ne? 12 Millionen Schlüssel RIP, ja. Ja, das sind halt die, diese großen Gruppen. Ah, hat's jeder und? Können wir jetzt zusammen gehen? Auf geht's! Ja, das klappt halt nicht. Es ist halt, man ist halt so unflexibel als Riesengruppe und das kannst dir halt zunutze machen. Ja, ist ein bisschen mies, mein Gott. Die sind richtig sauer, klar. Toll, Moment. Ah, der schießt aufs Gäste, das heißt, er macht nicht die Quest. Geil, Leute, da sind noch mehr. Was hier los ist, beste Nachtrates überhaupt. Der eine, der hockt da oben im scheiß Truck und schießt die Lampe aus. Was ist mit ihm? Seid ihr schon weg? Was sind noch da? Oh. Die schießen aufs Gäste, die machen auf jeden Fall nicht die Quest. Quest eigentlich fertig, ja. Easy, ein Durchgang. Jetzt, äh, helfe ich anderen Leuten, die Quest fertig zu machen. Oder, dass die Quest sie fertig macht, bin mir nicht sicher. Ich fühle mich schon wieder mies. Moin, Lumbumba. 10.000 mehr als Community Quest. 10.000 mehr als Community Quest. Oh. Da ist noch wer. Möglicherweise müssen wir uns mit dem kurz beschäftigen. Hier geht's raus, ja. Hier geht's raus, ja. 1.000 kG 5.000 mehr alsurally 4.000 Ich hab und ich hatte die 1.000 größeren. Er hockt da oben. Er hockt da oben. Er hockt da oben. Oh, ist das schön. Ist das schön. Das erinnert mich an dieses 100.000-Dollar-Video. Die Leute sind halt so zaghaft dadurch. Die hocken da halt rum und auf keinen Fall irgendwas machen. Er rennt. Die hocken da oben. Die hocken da oben. Wie zaghaft, ey. Wie sie sich alle nicht trauen, sich zu bewegen, weil sie in Kiefe 12 Millionen gekauft haben. Oh, ist das schön. Muss das wehtun. So, fünf haben wir. Sechs haben wir, ne? Wunderbar. Na, ich glaube, für dieses YouTube-Video kriege ich wieder ordentlich Daumen nach unten. So. Der Soa-Clan. Der Nutzi-Fix. Der Nutzi-Fix. Okay, jetzt müssen wir hier durchlooten und dann raus hier. Ah, come on. Echt jetzt? Verdammt, der Skeff erwischt mich. Ah, hör auf. Ah, das ist Karma. Ohne Mist. Ich kriege die ganze Zeit keinen einzigen Treffer, aber ein scheiß Skeff gibt mir einen Headshot. Lächerlich, Mann. Lächerlich. Ah. Ah, ich habe so viel die Runde versaut. Vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Leute erwischt in dem Nacht-Raid. Trotzdem, gute Runde, gute Runde. War ein Spieler? Ja, ein Skeff-Spieler. And I've been counting days to get away to see you again, see you again. Been fighting ways to get away to see you again, see you again.